Ba, 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 ba von Céline, a.k.a. Queen Nerdidala. Okay, das wissen wir schon. So, wir hatten uns ja das jetzt angeschaut. Haben wir sonst noch irgendwas übersehen? Okay, die gehen einfach weiter auf der Stelle, beide. Können wir uns hier noch irgendwas angucken? Nein. Oh. Ja, ich weiß. Ja. Oh, das war ein fehlender Hinweis. Jetzt schauen wir noch mal. Ähm, Deduction Board. Journalist. Ähm. Ah. The key is still in the lock on the inside of the door. Jetzt geht die Lesestunde weiter. The secretary put this key in the lock when she was leaving. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. The journalist didn't close the door. The journalist closed the door and left the key in the lock. The journalist wanted to make sure the door was closed. The journalist saw a shadow under the door. The journalist forgot to lock the door. Also, close the door and left the key in the lock mache ich jetzt einfach mal. Errungenschaft freigeschalt, Meister der Deduktion. The secretary just before she changed the ribbon on her typewriter. The reporter's greasy fingerprints are all over the card. When he went to file it away, he glanced automatically out of the window and saw us in the street. He closed the filing cabinet and rushed to lock his office door. In his haste, he pushed his chair aside, but didn't think to return it to its place. Precisely. He then hurried to tell his visitor of our arrival and showed him the way out. He then threw a piece of paper into the fireplace. But we still don't know how the cigar-smoking visitor departed. The answer lies in the direction the reporter took, Watson. At a certain moment, he would have been in a place where he had no logical reason to be. Look at our deduction board. And then let us go to the place where the reporter should not be. What? Moment mal. Okay, das war jetzt aber richtig. Ich meine, what are the odds, oder? Dass wir das alles schon richtig hatten. Mal den tausend Auswahlmöglichkeiten. Okay. Inventar. Was sollen wir jetzt machen? Auf unser deduction board gucken und was sehen? The journalist saw Sherlock through the window, ran to the door and locked it. The journalist went to warn his visitor of Holmes' arrival, having warned his guest, the journalist headed towards this piece of furniture. The journalist threw paper into the fireplace. Ich soll jetzt was anklicken, was was nicht da sein sollte? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, entweder das piece of paper oder das Buch. Das liegt auf dem Boden. Was? Perfekt. Und jetzt? Ey, muss ich das jetzt hier verstehen alles? Oh Gott. The answer is within... Okay, die kann ich nicht verstellen. Hier kann ich was verstellen. Ach du Scheiße. 4D. 10. 4 plus 6. Plus 6. 4 plus 10. Äh, 4 plus 6 sind 10. Muss hier dann 16 hin? Nee. Okay. Aber die Buchstaben auch? Auch plus 6, oder was? E, F, G, J, J. Und dann? Und dann? K... K... K, L, M, N, O, P. Oh Gott, das... Oh. P. 4... Ja, plus 6 steht hier. Ich weiß nicht, ob das auch für die Dinger gilt. Also, ja. 4 plus 6 sind 10. 10 plus 6 sind 16. Nach D kommt J. Ah. War das jetzt richtig geil? Oh. It is simplicity itself. Naja, so simple war das jetzt gar nicht. Woher, wo ist denn jetzt hier was aufgegangen? Ach, da hinten. Ach, und er läuft wieder vor die Wand. Tippel, tippel, tappel, tappel, was ist das? Mysterious. Imagine the scene. In his hurry, the cigar man drops his top hat. The door closes. The hat is caught beneath it. Fearing above all that he should be discovered, he does not attempt to retrieve it. Instead, preferring to flee. Who would take such action to avoid meeting us? I cannot tell as yet. But it is certain that he carries the advantage of knowing us. We must discover his identity in order to redress the balance. And this hat will help us. Let us return to Baker Street. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier gucken. Ach, wir können hier gar nicht weiter rein. Okay, also das ist der geheime Raum, wo der Besucher verschwunden ist. Jetzt konnten wir uns noch hier was angucken. Our man left his sandwich unfinished. Ih. Okay, was sagt uns das? Left his sandwich unfinished. Das ist aber ein komisches Sandwich. Okay. Ähm, Baker Street hat der jetzt gesagt. What should we do next? Let us return to Baker Street. Okay, ich bin noch völlig perplex, dass das jetzt... Dass das, äh, so schnell geklappt hat. Okay. Dann, äh, Baker Street. Farley's Office. Wie kommen wir denn zu Baker Street zurück? Bitte? Da. Okay. Okay, jetzt müssen wir dann wahrscheinlich irgendwie was über diesen Hut rausfinden. Ja. 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 Okay. Haben wir. Können wir den auswählen? Jo. Ah, ja. Und jetzt? Okay. Find the evidence that can help to identify the owner of the hat. And a strong smell of tobacco. A cigar smoker, which confirms that this hat belongs to the reporter's visitor. Okay. Ähm, kann ich den... Achso, rotate. Oh, jetzt werden wir alle mal ein bisschen seekrank. Komm, müssen wir da vielleicht nochmal hin. Was ist das hier? His hair is graying. And judging by the odor, he puts camphor on it. He is probably in his early fifties. Early fifties. Okay, was ist das? Slight scratch marks. Scratch marks? Slight scratch marks. The man wears glasses. And whenever he puts them on, he grazes the sides of his hat. This would suggest that he is educated and long-sighted rather than short-sighted. Okay, nur weil man eine Brille trägt, ist man educated. Ich meine, wenn man Geld hat und schlecht sieht, dann kann man doch auch so eine Brille holen. War's das jetzt? Nee? Nee? Hier war noch was. Someone has changed the ribbon for another, more modern one, which shows a certain taste for current fashions. Not a mistress, but someone who pays attention to details. This man is married. I now have an excellent description of the man that I am looking for. The journalist's mysterious visitor is in a profession highly placed on the social scale. He is rich and married. He must have called Scotland Yard in Farley's presence. He frequents the law courts, from which he makes his purchases. This man is a judge. Let us look through my files to see if I can identify this judge. I have a memoir on the most influential judges. Moment mal. Was? Wir haben jetzt diesen Hut und da sind graue Haare dran und der ist married and wear glasses und wir wissen, dass es ein Richter ist? Nur weil der Scotland Yard angerufen hat? Äh, also jetzt bin ich so ein bisschen raus aus der Nummer. Okay, im Stehenlesen bringt nämlich Magenschmerzen. Dann machen wir das. Place it on the work table. Aussuchen. Bams, bams. Okay. Ach, guck mal. Find which of these judges visited the journalist. Sir Lawrence Bromsky. Den kann ich mir auch angucken. Okay. Hä? Wieso hat der auf einmal... Hä? Wieso hat der... Wieso haben die auf einmal eine Brille, wenn ich da eine Lupe drüber mache? Muss ich das verstehen? Da, der hat auch eine Brille. Die haben also alle eine Brille. Okay. Steht ja da drunter. Where's a hat? Smokes a cigar. Wears glasses. Married grey hair. Ich muss das auswählen. Nee. Hat keinen Hut. Smokes a cigar. Where's glasses. Married grey hair. Where's a hat? Smokes a cigar. Where's glasses. Weil der die in die Hand hat. Married und grey hair. Das sieht man jetzt nicht so richtig, ne? Ich glaube, ja. Okay. Dann muss der das sein, oder? Der hier auch. Where's a hat? Ja. Na! Lass mich auswählen. Smokes a cigar. Das sehen wir nicht. Ich glaube nicht. Where's glasses. Das haben wir schon gesehen. Married haben wir auch gesehen. Grey hair. Schätze ich mal. Also er hier. Ja. Wie kann ich das? Ja. Ich hab's. Danke. Ich hab's. Hab ich hier was falsch gemacht? Der raucht, glaube ich, keine Zigarre. Oder? Doch. Glasses? Married? Grey hair. Need to have kind grey hair. Right. It is him. Judge Beckett. Have you discovered the top hat's secrets, Holmes? Watson, this hat belongs to Sir Cootes Beckett, a judge of the court at the Palace of Justice in London. A judge? Wait. Did you say Sir Beckett? That name rings a bell. Yes, that's it. What an extraordinary coincidence. Holmes, I was reading something about him in the Globe Explorer, only this morning. Decidedly, this Beckett seems to have solid ties with the gutter press. I bought it from a rascal who ran off without giving me my change. I'm sure that I've seen him before. And spare me the details, Watson. Show me the article. Aw, I don't need so good money. Globe Explorer. A generous lady, Lady Cathy Cootes Beckett, wife of the Honourable Judge Cootes Beckett, is an exceptional woman who freely gives her time and her money towards the education of deprived children. When most of the city's great families close the doors of the luxurious mansions to the poor, Lady Beckett opens hers and has created a school for illiterate children. This class has been open for eight years now, and according to our estimations, nearly 150 children in need have learned to read and write here. 150 children who, thanks to this woman's generosity, have been able to avoid the plight of the beggar and have found worthy jobs. But this is not all. As well as enabling their access to culture and education, Lady Beckett also takes the children on vacation, along with her servants whose help is needed to assist with an entire class of students. This year, she is taking them to Portsmouth. For most, it will be the first time that they have seen the sea. Exceptionally, Judge Beckett will not be going along for the trip. The eminent magistrate is retained in London by important current files. We wish an excellent holiday to the devoted lady and her pupils, and we thank her for her generous undertaking. Also, die, die, ähm, Frau von dem Richter, die ist, ähm, sehr engagiert, was, ähm, ja, wie ist das Wort, benachteiligte Kinder angeht und gibt denen Unterricht, sodass sie lesen und schreiben lernen können, damit sie dann auch hinterher gute Jobs bekommen. So, Lady Beckett is on holiday in Portsmouth. That means her husband is at home alone. Good. We shall pay a courtesy call, Watson. With a little luck, we shall leave with a few habanos clarissimo. That you should interest a judge of the High Court isn't surprising. You have solved so many criminal affairs that there are a thousand reasons why a magistrate should be interested in you. But why should this one feel the need to act in shadows? It's true, that it's surprising, perhaps he simply wishes to avoid being seen in the company of this Farley fellow. Mr. Kirby, our local postman owes me a favor. He'll give me Beckett's address. At this hour he should still be at the post office. I'll go there, Holmes. Good, Watson, but be quick about it. While you're gone, I'll make preparations for our visit. Ah, that's kind of a verzee, isn't it? Becket, I've got the address. We can go round after a nice cup of tea. Don't get too comfortable, Watson. We're leaving immediately. Oh. Na, die beiden sind aber hier. Grease Gram und Grease Grammelhausen. Okay, hier haben wir was Neues. Hier hatten wir nix Neues mehr. Äh, okay. Done. Sorry, Watson. Judge Beckett. Off we go. Mal sehen, was das hier alles... Also, der ist zu Hause geblieben. Judge Beckett's property. It's enormous. It looks very luxurious, Holmes. This man has conducted his career brilliantly. Who says that crime doesn't pay? It all depends upon for whom. You never said a truer word, Watson. Now, let's try to find a way in. What's that packet you are carrying, Holmes? You haven't said a word about it all the way here. Cakes for my old aunt. Your old aunt? Stop pulling my leg, Holmes. If you want a sensible answer, then you should ask a sensible question. Very well. I'm going to ring the doorbell. That should be an appropriate task for someone like me. No, leave it. I'll do it. Ich weiß nicht, warum der so grumpy ist. Das ist schon ein bisschen arroganter Kackstelzo hier. Das ist... Es gibt gewisse Spannungen zwischen uns hier. Das kann man ja nicht leugnen, ne? Achso, das ist einfach nur wieder... Okay. Ja, I know, I know. Ich will hier weggehen. Danke. Danke, danke, danke. Lass uns mal mit der Lady reden, vielleicht kann die uns helfen. Spannend strainern. Mr. Holmes, Dr. Watson. How nice to see you again. Do you remember me? Of course, Miss Lucy. How could anyone forget so pretty a smile? You are looking lovely. Watson, we have things to do. Holmes, you remember Lucy? We met her during our last investigation in Whitechapel, on the trail of Jack the Ripper. I remember only the essential details of the case. This brief meeting has been very pleasant, but sadly, I must leave you, my dear Lucy. I'll see you soon, Doctor. Okay. Was sollte das jetzt? It's a nice day, isn't it? Yeah, super nice. Thank you. Closed. Können wir hier rein? Another bank that has gone bankrupt. If this carries on, the whole country will be ruined. Okay. Komische Treppe, da muss man dann irgendwie drüber klettern, akrobatisch. Wir machen hier nochmal. Okay. Dann ist das wenigstens schon mal grün. Tja. Wie kommt man denn da bloß runter? Das ist doch ein fest verankertes... Ich meine, was soll denn diese Treppe hier? Ja, den Architekten würde ich feuern, sag ich euch ganz ehrlich. Ah, hier ist noch eine Tür. Aha. Ist ja auch super, dass wir uns dann mit der Lucy unterhalten haben und die jetzt hier eine Zeugin ist. Wenn dir irgendwas passiert, was ist hier? This lock should be easy to pick. Let's see. I need a supple pin, Watson. Can you find me one? Very well, Holmes. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich zu Lucy laufen und sie nach einem Pin fragen. Das, was das alles noch viel unauffälliger macht und auch so total unverdächtig. Aber vielleicht ist sie ja nicht so die hellste, sondern einfach nur schön. Ah, Lucy, du hast keine Ahnung, wie heartlifftend es ist zu treffen, dich hier so wie das. Particularly bei dieser Zeit. Tell me, was du schon gemacht hast? Du bist eine florist. Oh, ja, Doctor. Ich bin eine florist. Und ich bin jetzt mit schönen, kleinen Mädchen. Congratulations, Lucy. Enough about me. Kann ich dir mit etwas? A pretty bouquet, vielleicht? Nicht gerade, Lucy. Ich brauche wirklich eine supple, metal stem. A plant prop should do. Oh, I see. Is it to open a door or a window? Aha, Lucy, you are a surprising lady. Let's just say that the lock on the door to my flat gets stuck. And I should like to get in through the window. In that case a prop wouldn't work. Better to use a hair grip. It's the ideal tool for an honest man who wants to get into his house without going in through the door. You are wonderful, Lucy. Goodbye, Doctor. Ah, haben wir auch direkt gekriegt. Dankeschön, Lucy. Bitte vergiss einfach... Ich würde jetzt gerne meinen komischen Stab rausholen. Einmal so laut... Äh, laut. Hell blitzen und dann... What? What happened? Nothing, nothing. Alright. So. We... Yeah, we do have one. Bounce. Ach, ja, diesmal bin ich nicht so dämlich. Okay. Maybe. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Ja, weil letztes Mal habe ich ja nicht... Ne, ich glaube, das muss noch einen höher. So, so, so. Nicht? Den ersten Teil kriege ich nicht höher, meine Lieben. Was soll ich machen? So, das sieht doch jetzt aber so aus. Ne, das muss noch einen runter. So. Validate. Ja, passt doch. Passt nicht? Gut, wir können passen. Hier ist die Kuchen. Es gibt genug Raum, um ein paar zueinander Menschen in hier zu vermitteln. Ja, according to the newspaper, die Judge's wife also vermittelt ihre Pupil, in addition zu ihnen ihnen zu vermitteln. Das finde ich aber sehr nett. You control Sherlock Holmes. Okay, wir latschen jetzt hier einfach mal rein. Warum haben wir diesen komischen Kuchen-Dingensbumens dabei? Das muss ich nicht verstehen, oder? What do you think, Holmes? Okay, wie es aber weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Es gibt einen neuen Fakt unnützes Wissen für Gamer. Und zwar Fakt 83. Im Atomkraftwerk aus Call of Duty Black Ops 2 findet man eine pinke Box mit Donuts. Die Entwickler spielen damit auf die Simpsons an. Genauer, auf Homer Simpsons Arbeitsplatz. Das finde ich sehr lustig. So, jetzt kommen so ein bisschen allgemeine Fakten. Das ist vielleicht für einige von euch interessanter. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dann. Aloha. Bis dann. Zander